Jo Leute, grüßt euch mein Gespräch. Ich weiß nicht, ob es ihr schon mal erlebt habt, dass euch eine große Liebe mit euch glücklich ist und sich aber dann von einer Sekunde auf die andere um 180 Grad dreht. Mir ist das halt passiert und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich machen soll, weil ich bin einfach nur ratlos. Manche von euch sagen, ja super, das gehört nicht ins Internet und ha ha ha, aber es ist egal, ich schreibe das, ich mache halt mal ein Video davon, weil ich mir denke, das gehört halt auch mal gesagt. Also freizeichne nicht immer zu früh, wenn es damit gut läuft, zwischen euch und euch einer großen Liebe, denn jetzt kann sich alles schlagartig ändern und vielleicht fahrt ihr auch mal in der Situation, dass dann ratlos fahrt, so wie ich jetzt gerade. Dass sich die Person so verändert hat, dass ihr es gar nicht mehr wieder erkannt habt und daher ist meiner Ansicht nach, dass, also der Spruch, man soll den Tag nicht vor den Abend glauben, der stimmt hundertprozentig. Denn es kann immer wieder was passieren, denn es kann immer wieder was passieren, auch von einer Sekunde auf die andere, ohne dass ihr was dafür könnt. Aber irgendwie schafft es dann ja auch wieder, dass ihr weiterlebt und das muss ich jetzt auch machen. Dann pführt euch einen schönen Tag oder Abend noch, je nachdem, wenn es euch das Video ausschaut. Euer Mike.